Moin, ich bin Mariette von der Brennerei Dedenäcker und zusammen mit meinem Mann, dem Kami, betreffen wir heute zu Donnwün als landwirtschaftliche Brennerei. Wir haben Brennerei mittlerweile seit über 20 Jahren überall. In der Brennerei haben wir auch noch 1.500 Teichstamm-Obstbeben, und wir empfangen auch Schauklassen oder anderen Gruppen auf unserem pädagogischen Bauernhof. Hier in unserem Shop an der Brennerei haben wir einen ganz großen Gang von klassischen Truppen. Die Donnwün hat mir auch noch Likeren und natürlich auch den Gin und Whisky nicht zu vergessen. Von den Likeren, der Bestseller, dort ist unser Hambierliker. Ich denke, ihr könnt auch bei den Leuten ein Licht sein, aber natürlich auch die kleinen Säuern von den Hambier. Mein Bestseller ist aber der Pinot Noirliker, aus Lizeboischen Pinot Noir, und natürlich auch aus dem Weibrand. Ich finde die ganz gerne, weil ich im Sommer zum Beispiel mit einem Stück Eis genießen und natürlich auch im Winter, quasi wie in Porto. Für alles Likeren, die wir hier an der Brennerei produzieren, holen wir natürlich Obst keine Aromen oder keine Zusatzstoffe. Die Obst lehnen wir auch einen guten Trip an, die hier am Brennkessel produziert wird, tun wir noch ein bisschen Zuckerwasser dabei, und dann alles dafür zu genießen. Prost! 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 Prost!